Generell, wie war der Abend für Sie? Es war ein ganz tolles Abend. Es hat viel Spass gemacht. Man sieht auch die ganzen Gäste an. Man hat die Freude an dem, was gastronomisch geworden ist. Super Stimmung, gute Musik. Und dann stimmt halt das Ganze. Haben die Richtigen gewonnen? Das ist natürlich schwierig zu sagen, wenn man nicht alle Betriebe kennt. Aber ich glaube letztlich, es ist ein Publikumspreis. Wir haben viele tolle Gewinner gesehen und viele auch gehört, was sie gut machen. Und ich glaube, das einfach durchgekommen ist, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen. Das freut mich. Was ist der Nutzen für Ihren Betrieb als Sponsor an diesem Anlass? Für uns ist es toll, dass die Gastronomie einen Stellenwert hat. Und dass die Betriebe, die sich engagieren und auch in unserer Branche gut tun, letztlich hier einen Auftritt und Publizität haben. Und wir erleben letztlich auch von denen, die es gut machen und gut funktionieren. Und das ist der, der für uns schön ist. Deshalb sind Sie nächstes Jahr wieder dabei? Ja, das ist natürlich eine Frage, die ein bisschen spontan kommt. Das ganze Programm ist ja noch nicht auf die Beine gestellt. Also wir schauen das auch. Von der Einstellung her, wenn man schon 13 Mal dabei war, ist es eine schöne Chance sicher da. Danke viel, viel Mal und schönen Abend Ihnen auch. Danke. grinißen. Danke schmerchen. Wird Musik ...